Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tolle Wolle. Heute gibt es mal wieder eine Taschenanleitung für euch und mal wieder eine Anleitung mit dem Creative Paper von Rico Design. Zeige ich euch gleich noch genauer. Das ist Papier zum Häkeln oder zum Stricken. Ich habe daraus diese niedliche Tasche hier gemacht. Relativ locker gehäkelt, deswegen nicht so gut für kleine Gegenstände geeignet, mehr für größere Sachen. Also eine ganz lockere Sommertasche ist das Ganze geworden. Super einfach und auch richtig schön schnell zu häkeln. Ich habe dafür eine Rolle, ein Knäuel von der gelben, von dem gelben Garn, von dem gelben Papier benutzt. Und ein bisschen von dem petrolfarbenen, da ist noch relativ viel von da. Und ja, wie es genau geht und was ihr sonst noch so braucht, zeige ich euch jetzt. So ihr Lieben, ich starte mit dem Creative Paper hier von Rico Design. Das ist tatsächlich Papierfaser. 50 Gramm, 55 Meter, eigentlich für 6er Nadeln. Ihr seht, ich habe hier meine 9er. Ich häkel das immer ganz gerne ein bisschen lockerer, aber könnt ihr natürlich auch ausprobieren und das ganz so machen, wie es für euch am besten passt. Das hier ist die Farbe Nummer 2. Ich würde sagen so ein Zitronengelb. Und dann habe ich hier, ich finde das passt ganz schön zusammen, so einen dunklen Petrolton. Das ist die Farbe Nummer 18. Und ich starte mit dem Gelb hier und starte auch im magischen Ring. Das heißt, ich nehme den Faden bzw. das Garn einmal und lege es um meine beiden Finger hier herum, um den Mittel- und den Zeigefinger. Dann gehe ich zwischen den beiden her mit meiner Nadel und hebe den Faden einmal nach oben hoch, nehme meine beiden Finger raus und habe jetzt so eine Schlinge hier auf meiner Nadel. Ich häkel das Ganze in Stäbchen. Das heißt, ich brauche 3 Luftmaschen für die Höhe. Und für eine Luftmasche ziehe ich den Faden einfach durch. Dann den Faden wiederholen, durchziehen und wiederholen und durchziehen. 3 Luftmaschen. Dann kommt das erste Stäbchen. Dafür nehme ich einen Umschlag, steche in den Ring ein, durch 2 durch und wieder durch 2. Nächstes Stäbchen. Durch 2 durch und wieder durch 2. 1 drittes Stäbchen. Und damit ist eine Seite des Quadrats schon fertig. Dann kommen 3 Luftmaschen. 1 2 3 Ich ziehe den Ring ein bisschen kleiner. Das kann ich hier an dem Anfangsfaden immer tun. Wenn ich einen Ring selber ziehe, wird der Ring größer und der Anfangsfaden kleiner. Wenn ich den Anfangsfaden komplett rausziehe, fällt das Ganze selbstverständlich einfach auseinander. Deswegen da immer eine ganz, ja ich sage mal, so eine mittlere Größe einfach halten, dass es halt eben gut funktioniert. Ich häkle jetzt weiter in den Fährerpäckchen. Die Luftmaschenkette vom Anfang zählt auch einfach als eine Masche, als ein Stäbchen hier mit. Wieder 3 Luftmaschen anschließend. Die Luftmaschen bilden immer die Ecken. Ihr seht, 2 Seiten habe ich. Jetzt folgt die 3. Seite. Wieder 4. Dann 3 Luftmaschen. Und wieder 4 Stäbchen. Ich habe hier jetzt den Anfangsfaden schon ein bisschen angezogen. Und ziehe ihn jetzt wirklich möglichst klein. Man muss ein bisschen darauf aufpassen, dass der Faden nicht reißt. Das ist natürlich Papier und das kann passieren. Deswegen auch nicht zu stark drin reißen. Bei mir ist es jetzt ganz schön zugegangen. Ich nehme jetzt wieder 3 Luftmaschen für die letzte Spitze. Und schließe das dann mit einer Kettmasche hier oben in die kleine Luftmaschenkette hinein. Und habe damit dann meine erste Runde hier fertig. Also immer Päckchen mit 4 Stäbchen. Weiter geht es jetzt wieder mit 3 Luftmaschen für die Höhe. Und jetzt häkle ich jede Masche hier ab. Das heißt, hier ist direkt auch die erste Einstichstelle. Also 1, 2, 3, 4 abgehäkelt. Die Luftmaschenkette zählt wie gesagt als Stäbchen mit. Dann kommt hier die erste Zunahme. In jede Ecke kommen 2 zusätzliche Stäbchen. Also aus den 4 sind jetzt schon mal 6 geworden. Dann 3 Luftmaschen. Und hier an der nächsten Seite in die gleiche Ecke nochmal wieder 2 Stäbchen. Dann dort alle Maschen abhäkeln, also die 4. Und dann bin ich wieder in der Ecke. Dort kommen wieder 2 weitere Stäbchen hinein. Ich häkle dabei einfach ganz simpel um die Luftmaschenkette herum. Also ihr seht jetzt hier an der ganz normalen regulären Seite habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stäbchen gehäkelt. 2 sind jeweils an den Seiten dazugekommen. Insgesamt 4 und die 4 in der Mitte. Hier an der ersten Seite kommen die natürlich gleich auch noch. Aber weil ich ja mit der Luftmaschenkette gestartet bin, habe ich hier erstmal 6. Die anderen beiden liegen dann gleich hier. Und so häkle ich das jetzt einmal hier herum weiter. Okay, ihr seht jetzt die 4 Seiten. 3 habe ich hier jeweils mit den 8 abgehäkelt. Und ich komme jetzt hier zur ersten Seite zurück. Wo ich ja 6 schon gearbeitet habe, 2 fehlen hier noch. Hier habe ich schon die 3 Luftmaschen. Und für die letzte Seite, beziehungsweise die erste Seite eigentlich, folgen jetzt noch 2 weitere Stäbchen. Also die letzte Zunahme dieser Runde hier in die Ecke. Und ich schließe es dann wieder mit einer Kettmasche hier oben in die kleine Luftmaschenkette. Und starte dann mit der nächsten Luftmaschenkette. Also wieder eine 3er Luftmaschenkette. Zeige ich euch auch noch kurz. So, die habe ich hier. Und jetzt wird wieder ganz normal weiter gehäkelt. Also jede Masche abhäkeln. An den beiden Seiten kommen jeweils immer 2 dazu. Die werden hier einfach um die Luftmaschenketten herum gehäkelt. Um die 3er in den Ecken. Und so wird das Ganze dann immer größer. Also aus den 4en werden dann ganz schnell 8. Bei den 8 kommen dann natürlich wieder 4 dazu. Das werden 12. Aus den 12 werden dann 16. Und so wird das Ganze dann, wie gesagt, immer größer. Natürlich so groß, wie ihr es haben möchtet. Ich werde das jetzt ein paar Runden weiterhäkeln. Und zeige euch dann, wie es mit der Tasche weitergeht. So ihr Lieben, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Runden gehäkelt. Und ihr seht hier jetzt das Quadrat liegen. Ich habe es auch gerade einmal durchgemessen. Es sind ungefähr 35 x 35 cm. Und ich bin hier jetzt in die Mitte der Seite gerutscht mit den Abschlüssen. Also wo ich das Ganze jeweils wieder befestige. Ist natürlich logisch. Es sind hier immer 2, die dazu kommen. Und es schiebt sich dann immer weiter rüber. Also hier könnt ihr jetzt schön das Muster sehen. Locker gehäkelt, wie gesagt. Dadurch, dass ich eben die 9er Nadel benutzt habe. Und jetzt werde ich das Ganze verbinden. Dafür starte ich auch direkt da, wo ich bin. Wenn ihr das Ganze größer oder kleiner macht, müsstet ihr einmal ein Stück rüberhäkeln, dass ihr wirklich in der Mitte einer Seite seid. Bei mir ist es jetzt gerade eben praktisch, dass ich hier tatsächlich bei der 10. Masche bin. Ihr müsst, wie gesagt, in der Mitte einer Seite starten. Und dann schlage ich hier die Seiten einmal nach oben hoch. Bis sich die Spitzen eben hier in der Mitte treffen. Einmal den Faden rüber. Und jetzt nehme ich hier die Maschen zusammen. Steche durch, alle durch. Und durch. In die nächste Masche rein. Und auch zusammen häkeln. Dann die nächste. Und gehe jetzt hier in das nächste Element über. Also ich nehme jetzt hier die nächste Seite hoch. Häkle jetzt hier einmal über den Bogen drüber. Und dann hier zurück. Hier häkle ich jetzt noch einmal weiter zusammen. Dann gehe ich wirklich von dieser linken Seite hier weg. Mache hier einfach locker ein paar Kettmaschen drumherum. Und dann geht es hier weiter. Und ich steche hier wieder in die Masche ein. Dann hier neben entsprechend auch. Und durchholen. Und hier dann entsprechend die Seite runter häkeln. So, ich drehe es mal ein bisschen. Dann kann man es, glaube ich, besser sehen. Und hier auch einmal durch. Jetzt bin ich hier unten wieder in der Spitze angekommen. Ich ziehe jetzt den Faden einmal raus. Das ist bei mir nicht mehr viel. Also es sind noch ein paar Zentimeter dran. Aber ich würde sagen, vielleicht so 40 oder 50. Die kürze ich gleich einmal. Das wird ganz normal vernäht, wie bei jedem anderen Häkelprojekt auch. Und ihr seht hier jetzt den verbundenen Teil. Also die zusammengehäkelten Seiten. Und hier kommt jetzt die vierte Seite nach unten runter. Und hier kommt jetzt natürlich noch der Knopf dran, mit dem das Ganze dann geschlossen werden kann. Ich ziehe es jetzt einmal auf die andere Seite rüber, damit eben diese breiten, zusammengehäkelten Elemente innen liegen. Das lässt das Ganze gleich viel ordentlicher erscheinen. Den Faden lege ich einmal nach innen rein. Wie gesagt, der wird nachher noch abgeschnitten und vernäht. Und hier kommt jetzt erstmal der Knopf mit drauf. So, hier bin ich jetzt mit dem Knopf. Der kommt natürlich hier so zentral hin. Könnt ihr euch natürlich entscheiden. Hier entweder an diese Brücke hier drüber oder hier bei der vorletzten Reihe. Ich werde ihn hier an die vorletzte annähen. Nehme ich einen ganz einfachen Faden und die Nadel für. So, der Knopf sitzt und die Tasche lässt sich wunderbar damit schließen. Also diese Löcher an den Spitzen eignen sich eben super gut dafür. Ihr könnt das erste verwenden oder einfach auch das zweite. Funktioniert auch. Dann liegt das Ganze so ein bisschen tiefer. Und jetzt fehlt natürlich nur noch der Träger. Also hier seht ihr schon mal so das Innere der Tasche, wie man so reinguckt. Und wie gesagt, jetzt kommt noch der Träger dazu und zwar im Petrol. So, bei dem Petrol mache ich es jetzt so, dass ich hier an der Seite ansetze und zwar etwas unterhalb des Knicks hier. Also ihr seht, hier ist so die Falte und ich setze hier so an. Ich schließe die Tasche noch einmal, dann kann man es deutlicher sehen. So, hier faltet es sich und hier setze ich jetzt an. Und da könnt ihr natürlich den Träger auch so lang machen, wie ihr wollt und wie es für euch natürlich auch am meisten Sinn macht. Ich setze das hier jetzt einfach an und häkle es fest. Dieser Teil wird dann entweder noch verknotet oder ihr könnt ihn auch mit einhäkeln gleich, vernähen, ganz wie ihr wollt. Auf jeden Fall, es soll schön stabil halten. Ich starte jetzt mit einer Luftmaschenkette und häkle die, ich denke mal, so ungefähr einen Meter lang. So, mein Träger ist inzwischen ganz schön gewachsen. Seht ihr hier, sich einmal drum herum schlängeln und ich häkle ihn jetzt auf der Gegenseite einfach fest. Hier einmal die Linie ziehen und hier ist dann eine gute Einstichstelle für mich. Einfach einstechen, den Faden holen und festhäkeln. Und jetzt häkle ich zurück und ich nehme einfach feste Maschen hier immer um den Träger herum. Immer durch die beiden durchziehen. also drum herum holen und direkt durch. So sieht der Träger dann aus und das häkle ich einmal wieder bis zum Anfang rüber. So, ihr seht, ich habe das Ganze hier zu Ende gehäkelt und auch schon gekürzt und ein paar Mal verknotet. Ich schneide es jetzt einfach einmal ab und grundsätzlich ist die Tasche dann fertig. Ich habe hier auch schon mal mein kleines Nadel-Täschchen, wo zum Beispiel heute das Garn drin ist, reingepackt. Passt zum Beispiel sehr gut. Man muss natürlich darauf achten, dass man nicht zu kleine Sachen, zum Beispiel Lippenpflege und so würde hier einfach durchrutschen. da lieber etwas größere Sachen reingeben, die auf keinen Fall verloren gehen. Und ja, so sieht die Tasche dann fertig aus. Eben aus dem Creative Paper in gelb Petrol mit dem ja, pinken Knopf hier vorne drauf. Ich hoffe, euch hat das Ganze wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, natürlich Daumen nach oben da lassen. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Dafür einfach den Abonnieren-Button drücken, die kleine Glocke daneben aktivieren. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Tschüss!